Als nächstes basteln wir eine Muschelkastagnette, die wir in der Übung die Schnattertierchen zum Beispiel verwenden können. Als erstes schneidet man über Eck geknickt eine Pappe, also Fotokarton, nicht zu dünn, nicht zu dick. Ich habe das jetzt hier ein bisschen abgerundet, ist aber nicht unbedingt nötig. Die Kinder können das von außen natürlich anmalen, muss man aber auch nicht. Und dann kann man aus einem großen Korb mit schönen Muscheln sich zwei mehr oder weniger gleich große aussuchen, also jedes Kind. Und dann werden die hier aufgeklebt. Man muss ein bisschen darauf achten, dass vor allen Dingen der Rand nachher Kleber hat. Natürlich landet dann gerne mal viel Kleber in der Mitte, was zur Folge hat, dass erstens die Muschel nicht hält und zweitens, dass es auch nicht mehr so gut klingt, weil sie dann nicht mehr hohl ist. Viele kennen das vielleicht als Walnusskastagnetten. Ich persönlich bevorzuge die Muscheln, denn die findet man so, die Walnüsse muss man auch erst mal alle knacken. Genau, die Muscheln klebt man relativ weit außen auf, sodass die genau aufeinandertreffen, wenn man klappert. Man muss das aber sehr vorsichtig probieren, denn solange der Kleber noch nass ist, verrutschen die natürlich auch. Und wenn der Kleber dann getrocknet ist, dann kann losgeschnattert werden. Und dann kann ich das auch noch mal sehen.